hallo dieser martin von money monkey dass die dax analyse für dienstag den 28 11 2023 und unser dax hat sich ein stückchen von der geburtstagssorte abgeschnitten und auch gleich abgebissen scheint definitiv besser zu schmecken wie die die franksgiving trutene und so haben wir auch gleich den ersten shop nach unten bekommen wir sind also aus der verkeilung nach unten raus wir hatten darüber gesprochen dass bereits ein unterbieten von 16.000 dann ein abgleiten initiieren würde bis 15 49 die jetzt noch nicht ganz erreicht das dürfte aber wahrscheinlich dann zum dienstag jetzt gleich gleich am morgen folgen oder selbst wenn er noch mal kurz nach oben anlauf nimmt würde das wahrscheinlich noch nachsteuern und sollte dann auch tiefer gehen im sprich auch weiterhin nichts dagegen hier 8 50 8 60 zu erreichen das wäre dann natürlich auch ein erstes wichtiges ziel also die 49 natürlich das erste ziel das ist aber so dass das hauptziel ja von wo aus er auch durchaus noch mal nach oben gutes stück wieder hoch könnte also es wäre jetzt gar nicht so untypisch wenn er einfach sein keil abarbeiter der bärische verkeilung mir rein läuft 15 8 60 15 50 sich wieder hochdreht und dann wieder auf neues hochklettert sowas haben auch schon ab und an mal gesehen aber ich würde stand hier auch mit blick auf tagesschart da haben wir jetzt ein rotes tages kerzchen drin und man muss auch sagen das erste mal ohne unten was dran ja kein schatten unten an der kerze dran das heißt er hat ihr seine lunte vergessen hat auch keine lunte gestellt und darf man sozusagen auch als kleines umkehrsignal werden ja und aus der perspektive kann das durchaus ein auch eine ausgiebigere eine ausgiebigere rücklaufe einleiten da spreche jetzt überhaupt nichts dagegen und deswegen würde ich schon sagen man sollte da mal ein bisschen genauer hingucken ja aber wenn das hier nach unten aufbricht spricht auch nichts dagegen da eine etage tiefer zu klackern bis das die 8 60 8 50 dann sieht es hier wieder interessant aus im bereich 7 57 37 und dann natürlich haupt sie hier im bereich um 6 50 bis 5 60 jahre 6 50 5 60 also knapp unter der taglinie auch und das wäre dann die zweite größere zone also tatsache das dann und hier die 8 50 8 60 ich glaube die und hier unten die 6 50 bis 5 60 das ist offenbar so die primären anlaufzonen werten wenn er nach unten durchgekommt das heißt wir gucken jetzt hier auch intraday stärker danach ob wir fallende tiefs fallende hochsehen ja gucken unsere erholung genauer an ja wie dynamisch kommen die nach oben werden sie eher flach hochgezogen und die namen spieler nach unten getreten dann sind das immer wieder short signale und dann nimmt sie auch als solche war und handelt auch entsprechend so nicht dass er jetzt anfangen nachdem er jetzt ich sage mal einen ganzen monat nur short gehandelt habt dann fangen wir jetzt nicht an long zu handeln nur weil er gerade mal anfängt zu fallen und ihr glaubt er könnte noch ein stückchen nach oben das ist immer wieder typisch zu beobachten ist aber instinktiv einfach es ist instinktiv getrieben na dann könnt ihr nichts für dass das sind eure grundinstinkte die dadurch brennen mit euch oder durchgehen ist aber für die börse eigentlich unbrauchbar da sollte man lieber versuchen routiniert zu agieren mit einem plan vorher einen plan machen vorher überlegen nicht spontan aus dem bauch heraus sonst wird man am ende immer solche strecken die ganze zeit short drinnen sitzen und dann wenn der markt dann wieder abwärts geht long drinnen sitzen am besten hier oben noch den short abgebrochen haben dann so ungefähr läuft das wenn man instinktiv handelt sollt ihr aber nicht machen ja und von daher gucken wir genau hingucken hier an der zone und wenn er aber einfach nur brachial nach oben drückt und auch sehr dynamisch nach oben drückt die namen als jetzt runtergekommen ist würde ich vorzeitig oberhalb von 16 20 das erstmal alles wieder verwerfen haben auch so auch im letzten update geschrieben im dax ab dem premium bereich haben auch schon geschrieben über 16 20 würde ich das erstmal verwerfen die abwärtsroute zumindest zurückstellen bis wieder neues tieferes tief kommt und über 16 20 erst einmal wieder den blick nach oben richten wir haben ja dann noch attraktive ziele gerade der cap bereich 16 1 20 16 1 40 der wäre noch möglich auch der gibt los bei 16 2 45 und tendenziell dann ja grundsätzlich ohnehin mehr richtung allzeit hoch wir sind wieder in starken monaten auch wenn jetzt so anfang dezember oder in den anfang dezember ein auf der taxe erstmal ein bisschen schwächer reinkommen das immer eigentlich auch nahezu jedes jahr von daher sollte es auch nicht überraschen aber ich möchte nur sagen ja wenn ihr seht da kommt die namen nach oben rein und er geht über 16 20 dann da nicht hier die die ganze zeit durchgeschottet haben denken das ist jetzt der big short nein er wird wahrscheinlich auch noch auf ein neues hoch hinauslaufen und deswegen probiert ein bisschen mit der bewegung mitzugehen mit den kerzen mitzugehen und ich einfach nur dagegen zu klopfen und denken der dreht gleich wieder um eine regel macht er das was er macht erstmal für ein paar punkte und da ist noch nicht viel passiert ja das heißt wenn er das umkehrsignal aus tagesebene annimmt spricht überhaupt nichts dagegen 8 50 68 dann dienstag mittwoch hier mal anzulaufen gut freunde ich denke ihr habt verstanden macht's beste draus drückt euch die däume und dann sehen wir uns morgen wieder bis dahin tschüss fellowship 태umen das ist dass meine